ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin in Bern seit 13 Jahren. Schon verdammt lang. Mit 14 war es für mich klar, dass ich Musikerin werde. Es gibt nichts anderes. Dann fragte ich mich, was man hier machen muss. Dann haben alle gesagt, «Bern ist die Musikerstadt der Schweiz. Dann bin ich gekommen.» Dann war ich 16. An Anfang war es nicht einfach. Denn Bernerinnen und Berner sind nicht so schnell. Sie brauchen Zeit, bis sie ihn kennen. Aber wenn sie Vertrauen gewonnen haben, waren wir in einer Stadt von Leuten, die sehr grosszügig waren. Für mich ist Menschenplattform ein Ort, wo ich das extrem spüre und lebe und geniesse. Dass ich hierher kommen kann. Es hat Kinder, es hat alte Leute. Es ist einfach eine sehr menschliche Stadt. Das würde ich nicht mehr missen.